hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge medieval dynasty ja medieval dynasty ich habe keine pfeile hier sind die pfeile was willst du eigentlich soviel ich weiß muss hier oben irgendwo rotwild rumrennen soviel 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also die Jagd mit dem Bogen, muss ich schon sagen, ist deutlich angenehmer als die Jagd mit dem Speer. Aber deutlich angenehmer. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich muss echt sagen, die Ernährung im Frühling finde ich persönlich schlimmer als die Ernährung im Winter. Okay, im Winter bin ich halt auch permanent auf die Jagd gegangen, aber trotzdem... ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Egal, wir gehen jetzt zur Stadt, weil ich muss ja doch flirten... Erfolgreich flirten... ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hallo, Huberta! ZDF, 2020 Ja... Ja... Jage Fuchs 3, jage Wildschwein 3, okay, also jetzt geht's schon um diese Aufgabe... Ähm... Ähm... ZDF, 2020 ... ZDF, 2020 ... Und dann muss ich definitiv noch Pfeile herstellen und ein Holzmesser verkaufen. Das habe ich vergessen, was ich geprüfen wollte. Nein, ich habe keine Federn. So, Scheinbesser, eins verkaufen. Nur eins. Eins brauche ich nämlich selber noch. So, jetzt habe ich 10,7 Gold. Okay, das ist scheinbar ganz gut. Ich werde jetzt halt hier Bäume fällen, ne? Ja. 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 Nö. nix federn artiges baumfeld kf so kf 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 Ich verkaufe jetzt einfach alle Sperre. Ja, so ist er darauf aus mit Bäumen zu fällen, wegen Federn. Ja, so ist er. Ja, so ist er. Ja, so ist er. Ja. Ja, so ist er. Ja, so ist er. Weil ich schon dabei bin, gleich noch der Hacke Ich bin der Hacke und holz und holz und holz überall und holz aber keine federn keine federn ich krieg die krise egal 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 ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal zurück in unser dorf in unsere drei häusersiedlung dort kann ich mir dann auf jeden fall noch länger machen fleisch ich habe hier ja billig fleisch gekauft das freut mich übrigens hier blick fleisch auf gotte und morgen müsste ja sommer sein aus dem grund wäre es wichtig dass ich jetzt noch schnell ein feld anlegen ja hier sehe ich die uhrzeit ok habe ich nämlich in dem video gesehen dass eine person auf der karte die uhrzeit hatte also hier ich 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 hier ich hier ich ich Oh, oh, oh. Musik 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 Ich muss echt sagen, dass mir diese Melodie nicht gefällt So Wir haben jetzt das Feld geplügt War auch notwendig, ne? Und dann möchte ich da noch unbedingt noch mal sehen Musik Es wäre für mich schon sehr wichtig Musik Beutel Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Zwiebelsamen haben wir 8. Kautensamen haben wir 5. Brauche ich Erdschaftsdünger dafür. Das war auf jeden Fall mal anders. Früher hat man also... Ich denke, das war... Ja. Okay. Ich nehme mal die Beutel mit. Das lassen wir mal da. Das lassen wir mal da. Das lassen wir mal da. Jeder sowieso. Fels. Böcke. Samen. Barottensamen. Dreck, wir wachen mal da drüben rein. Dreck, du hast eine Hasenfalle. Really? Baby! scheinbar braucht man wirklich weil sie geht es nur noch mit mit dünger die felder das finde ich sehr weise weil der dünger ist doch sehr 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 teuer aber das war es schon heute von dem her sage ich hoffe das war's und seid beim nächsten wieder bei bis zum nächsten mal und bis dann ciao leute